. Man kann jeden Tag etwas verpassen, wenn man nicht zum Coop geht. Was? Bonjour Kräutermargarine, ist das das Neuste von Coop? Ja, und schau mal, frisch aus dem Kühlschrank und schmilzt sofort. Sie ist auch ideal zu Teigwaren oder Reis, Röpfel und zum Verfindern von Gemüse. Schmeckt denn gut. Und erst noch rein pflanzlich. Ja, guten Bonjour. In diesem Fall, ähm, du hast doch nichts dagegen. Das ist alles, was man noch hört, wenn jemand die neue Biscuit-Mischung von Arnie auf Tischt. Und wenn Sie heute im Market Quiz mitspielen möchten, sollten Sie uns den Namen dieser Neuheit einschicken. Neben anderen interessanten Aktionsangebote bekommen Sie morgen bei Coop die Buschieneta von Lusso Eldorado für nur 74. Bitzig. Also, lieber nichts verpassen und mon zu Coop! Bitzig. 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 Bitzig.